digitales leben was bedeutet das eigentlich während vor 100 jahren das leben der menschen durch die errungenschaften der industrialisierung geprägt war leben wir heute in zeiten von industrie 4.0 und web 3.0 die meisten menschen der welt sind heute über das internet auf plattformen vernetzt und interagieren dort in diesem kurs werde ich ihnen verschiedene bereiche des digitalen lebens vorstellen übrigens falls sie meine vorherigen kurse noch nicht entdeckt haben schauen sie nach diesem kurs doch gerne auch dort mal hinein in den vorherigen kursen haben wir schon viele bereiche des digitalen lebens beleuchtet in diesem kurs geht es jetzt um viele themen die ihr gesellschaftlicher charakter und die möglichkeit zur mitgestaltung verbindet es beginnt mit einer lektion von renate motschnig die uns auf eine reise durch die zeit der entwicklung von menschcomputer schnittstellen nimmt und uns den menschenzentrierten designprozess dieser schnittstellen näher bringt danach treffen wir auf christopher frauenberger der uns die sonnen und schattenseiten von technologie und ihre entwicklung aufzeigt dabei geht er auch darauf ein unter welchem druck technologien heute entstehen welchen einfluss sie auf uns als gesellschaft haben und wie wir an ihrer entwicklung teilhaben können in einer lektion mit matthias steinböck und daniel handle pfeiffer beleuchten wir gemeinsam wie spieldesign spielstrukturen und modelle heute einfluss auf die bildung haben und einen neuen bestandteil von vielleicht spielerischer bildung darstellen können danach folgt eine einladung in die welt der hacker und maker sarah davis zeigt uns die welt des hackings und dass es dabei nicht unbedingt um datenraub und manipulation geht sondern um eine gemeinschaft die schaffen gestalten und verändern möchte annie waldherr gewährt uns abschließend einen einblick hinter die kulissen des web 2.0 und zeigt auf welche facetten das internet heute im vergleich zu damals bietet dabei geht sie sehr tief auf soziale netzwerke ein welche rolle diese in unserem heutigen leben spielen und welchen einfluss das alles auf unser leben hat alle diese themen sind verbunden durch einen blick auf gesellschaftliche aus und wechselwirkungen und durch einen fokus darauf welche möglichkeiten wir als gesellschaft und das einzelne haben an der gestaltung unserer technologischen zukunft zu partizipieren die reinfolge in der sie die lektionen dieses MOOCs konsumieren ist ihnen dabei freigestellt ich hoffe dass ich ihr interesse anregen konnte und freue mich schon auf die interaktion in den foren willkommen im kurs digitales leben